Was ist deine Meinung zum aktuellen Markt, Karo? Sind wir über dem Berg? Also ich glaube, wir sind immer noch beim Aufstieg. Das ist so, das ist... Ich bin immer noch der Meinung, wir brauchen, wir werden noch diesen letzten Schub sehen, neue All-Time-Miles setzen und dann werden wir den Markt runterkrachen. Ich will jetzt nicht wieder erklären, wieso, ich habe es euch schon so oft erklärt. Ich würde mich einfach nur wie so eine kaputte Schallplatte jetzt wiederholen. Und es gibt, sei es die Wyckoff Accumulation, sagt das voraus. Die Elliott Wave sagen uns das voraus. Wir sind hier gerade in der dritten Welle, die vierte haben wir jetzt nach unten gesetzt. Wenn die ABC-Correction hier wahrscheinlich jetzt zu Ende ist und wir hier den C-Wave erreicht haben, dann sollten wir uns auf den letzten Wave 5 nach oben hin bewegen und dort dann das Ende finden. Sollen wir nach den Fibonaccis gehen, haben wir auch noch nicht die letzten Fibonacci-Retracement-Zonen erreicht. So wie wir es beim 2013er, 2017er gemacht haben. Wir haben unsere Preistargets noch nicht erreicht. Wir sind noch nicht in der Nähe der Zeiträume, die wir uns ungefähr gesetzt haben. Aufgrund der letzten Halvings mehrere, mehrere Faktoren, wie du siehst, sprechen immer noch dafür, dass das gerade nur eine Fake-Manipulation nach unten ist und wir noch den All-Time-High sehen werden. Meine Meinung ist das. Müssen wir halt gucken, was da wirklich passiert. Perfekt, danke. Danke dir auch, mein Lieber.